Wir beide, wir freuen uns drauf, mit euch einen schönen Biketag zu erleben. Sind das eigentlich E-Bikes? Das sind E-Bikes vom Specialized und Martins Bikeshop sei Dank bekommt ihr die neuesten Modelle und im Home-Auflässig radeln wir mit euch. Wetten, ihr kriegt uns nicht ein, ja mit Ihnen schon, der zieht sich ja dauernd um. Unser Lieblings-Biketouren wird euch zusammen erleben, wir freuen uns drauf. Lieber Martin, vielen Dank für deine Bemühungen, vielen Dank an Specialized Bikes und dafür, dass wir da wieder auf die neuesten Teile hüpfen dürfen und quer durch die Alpen damit ballern. Frohe Weihnachten und nochmals Dankeschön. Da hat's ja nicht mehr alle, da ist lebensgefährlich, was wir hier machen. Das ist kein Fahrradweg. Und außerdem ist es lebensgefährlich. Ich hasse dich! 1 ALEX 10 14 25 16 17 16 16 21 18